auch heute heiße ich euch wieder sehr herzlich willkommen zu neuen zuversicht gedanken schön dass ihr dabei seid am heutigen mittwoch beginnt unsere aktion 24 mal weihnachten neu erleben unsere aktion ist gut das ganze ist ja eine riesen sache mehrere hundert gemeinden aus dem deutschsprachigen raum sind dabei haben sich eingeklinkt und haben dieses ziel dass menschen die tieferen zusammenhänge rund um weihnachten wieder entdecken ja mehr noch dass sie das erleben dass eine beziehung kriegen zu diesem gott der in jesus in diese welt gekommen ist und der eine beziehung zu uns will das ist gar nicht so einfach dass an weihnachten zu entdecken weihnachten hat ja so eine merkwürdige spannung auf der einen seite dieses gigantische image harmonie und süßlich lichter und frieden strahlende kinderaugen und glückliche familien auf der anderen seite die realität die oft ganz anders aussieht da ist viel einsamkeit auch viel anspannung weil es doch wirklich schön werden muss und weil so leicht was dazwischen kommt ich gehe mal davon aus dass niemand von euch die weihnachtskrippe schon aufgebaut hat aber wenn er das jetzt im geist mal macht dann werdet ihr schnell feststellen da gibt es eine figur die da weiß man nicht so richtig wo ihr platz ist nein nicht das jesuskind das ist vorne in der krippe ganz klar in der mitte direkt daneben maria davor die hirten und etwas weiter da hinten die weisen aus morgenland mit ihren geschenken aber josef wahrscheinlich werdet ihr ihn in eurer krippe ein stück hinter maria stellen aber irgendwie steht er da auch ein bisschen verloren ist der höchstens nebendarsteller eine patchwork situation eben das fünfte rad am wagen da fühlst du dich schnell außen vor und überflüssig das kind in der krippe ist nichts seins es ist ihm untergeschoben worden im übertragenen sinn kann das ja auch mit unserem glauben passieren vielleicht empfindest du das auch so dass er irgendwie untergeschoben wurde du bist irgendwann als kleines kind getauft worden kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern aber die taufkerze ist noch da vielleicht bist du konfirmiert oder gefirmt worden hast du das gemacht wo du das gefühl hattest dass das jetzt eben dran ist dass man das von erwartet vielleicht fühlst du dich gerade an weihnachten mit resten einer tradition konfrontiert die dir gar nicht mehr so viel sagt aber einmal im jahr da ist es eben dran ist ja nichts gegen traditionen die sind gute sind wichtig aber immer mehr menschen fragen sich ist das noch meins ist mir da nicht was untergeschoben worden ich habe mich doch gar nicht für diesen glauben entschieden josef hat sich das auch gefragt maria hast du mich betrogen josef hatte den vorteil dass ein engel ihn über die wahren zusammenhänge aufgeklärt hat da fiel es ihm dann leichtes jesus kind anzunehmen es trug seinen namen es taucht in seinem stammbaum auf josef hat sich ganz bewusst in diese geschichte hinein gegeben hat ja gesagt zu der aufgabe zu der gott ihn berufen hat die aufgabe hat ihnen gefordert und erfüllt das zeigen einige berichte so als er maria und das jesus kindern vor dem wütenden könig herodes rettet nachzulesen in matthäus 2 von vers 13 an weihnachten neu erleben das heißt bis heute zu entdecken versuchen wo ich in dieser geschichte vorkomme ist nicht gedankenlos bei irgendwelchen traditionen zu belassen und wenn die auch noch so gut sind sondern selber hören was gott mir sagen will für dich ist der heiland geboren dir gilt das friede auf erden ich glaube dass weihnachten ein riesiger sehnsuchtsort ist und trotz vieler enttäuschungen haben die meisten menschen ist sehr klare vorstellung davon wie weihnachten sein sollte der ansatz von weihnachten neu erleben ist sich hinein nehmen lassen in die geschichte nicht beim zuweilen vielleicht doch kitschigen image stehen zu bleiben auch nicht zynisch außen vor zu bleiben sondern ganz schlicht offen zu sein für das was gott auch dir an weihnachten schenken will 24 impulse gibt es in dieser adventszeit ich finde sie bringen uns näher zu jesus lassen uns vielleicht sogar unseren platz finden denn das weiß ich gott wünscht sich nichts mehr als dass keiner von uns außen vor bleibt dass jeder dabei ist und vor allem erlebt wie gott durch diesen jesus in unser leben hinein kommt und wie es dadurch hell wird und tatsächlich gutes entsteht es gibt das buch 24 mal weihnachten neu erleben wenn ihr zeit zu lesen habt dann besorgt es doch dann könnt ihr jeden tag ein kapitel darin lesen in diesem jahr gibt es auch noch so eine so eine box mit etwas kleineren kürzeren impulsen die könnt ihr euch auch auf unserem youtube kanal anhören und anschauen sie werden euch von leuten aus unserer gemeinde aus dem umfeld der gemeinde vorgelesen und viermal an an jedem mittwoch im advent könnt ihr euch mit uns auf zoom treffen über diese gedanken von weihnachten neu erleben mit uns ins gespräch kommen oder nur zuhören auf unserer homepage www.eki-knielingen.de findet ihr die zugangsdaten und heute in einer woche gibt es an dieser stelle neue zuversicht gedanken auch zu 24 mal weihnachten neu erleben bleibt gesund und behütet und im frieden gottes euer siegfried weber